Hallo Redis Sets. Der Redis Server wird gestartet per Redis-Server und der Client wird gestartet mittels Redis-Cli. Sets sind eine spezielle Form von Listen, da bei Sets jedes Element nur genau einmal vorkommen kann. Im Gegensatz zu Listen besitzen Sets aber keinen Index, das heißt es gibt keine festen Positionen innerhalb eines Sets. Befehlen für ein Set ist immer ein S vorangestellt. Im Folgenden gibt es einige Beispiele zu Sets. Als erstes werden zwei Sets angelegt mit S-Add-Audioplayer-Windows-Quad-Libet und als zweites S-Add-Audioplayer-Doppelpunkt-Linux-Rhythmbox und zum Schluss noch S-Add-Audioplayer-Doppelpunkt-Dinux-Rhythmbox und wieder in Anführungszeichen Quad-Libet Abfrage der Anzahl der Werte in einem Set gilt mittels S-Card-Audioplayer-Linux. Alle Werte eines Sets kann man mit S-Members ausgeben, so zum Beispiel S-Members-Audioplayer-Linux. Man kann auch prüfen, ob ein Wert in einem Set enthalten ist. Mögliche Ergebnisse sind dann 0 für falsch und 1 für wahr. So hier zum Beispiel S-Is-Member-Audioplayer-Linux-Bungie. Oder S-Is-Member-Audioplayer-Linux-Rhythmbox. Gemäß der mathematischen Definition von Mengen kann man auch die Schnittmenge zweier Sets bilden. So zum Beispiel S-Inter, Audio-Player-Linux und Audio-Player-Windows. Alle Befehle zu Sets können über den Aufruf von help-at-set angezeigt werden. Ciao und viel Glück! S-I-Member-Audioplayer-Linux-Bungie.